Localhost, der Podcast von IP Insider. Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner, Chefredakteur von IP Insider und ich bin heute Ihr Localhost. Heute habe ich Dr. Thomas King in mein virtuelles Podcaststudio eingeladen. Dr. King ist Chief Technology Officer beim größten deutschen Internetknoten DKIX in Frankfurt und wird uns heute etwas über die Aufgaben und Herausforderungen eines Internetknotens erzählen. Thomas King ist seit 2018 CTO bei DKIX und seit 2022 zudem Vorstandsmitglied der DKIX Group. Zuvor war King seit 2016 Chief Innovation Officer, ebenfalls bei DKIX. Zu Thomas Kings Kernprojekten gehören die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens zum führenden Cloud-Exchange-Betreiber sowie die Automatisierung der IX-Plattform. Thomas King ist darüber hinaus für die technische Umsetzung der internationalen Expansion von DKIX in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Südostasien und Afrika verantwortlich. Thomas King hat 2004 seine Diplom-Studiengänge in Informatik- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim abgeschlossen und 2008 ebenfalls an der Universität Mannheim seinen Doktor am Lehrstuhl für Computernetze gemacht. Hallo Herr Dr. King, herzlich willkommen im virtuellen Podcaststudio von IP Insider. Hallo Herr Donner, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Steigen wir doch vielleicht mal so ein. Die Abkürzung DKIX bedeutet ausgesprochen Deutscher Commercial Internet Exchange und weist DKIX damit als Internetknoten aus. In ihrer Vorstellung hatte ich bereits erwähnt, dass eine ihrer Aufgaben der Ausbau des DKIX hin zum führenden Cloud-Exchange-Betreiber ist. Was ist DKIX denn nun? Ein Internetknoten oder ein Cloud-Exchange oder ist der Unterschied in den beiden Bezeichnungen gar nicht so groß? Doch, ich würde ihn schon als groß ansehen und ich sehe uns eher als eine Interconnection-Plattform, die global aufgestellt ist. Ja, manche sagen manchmal auch, wir sind Carrier, das trifft es dann wieder auch nicht so richtig. Aber wir haben ein Carrier-Netzwerk und wir betreiben 58 Internet-Austauschknoten weltweit. Also so wie in Frankfurt einer steht, steht einer in Hamburg, München, Düsseldorf oder in New York oder in Dallas oder auch in Asien, in Singapur. Das heißt, davon haben wir 58 Stück und wir machen halt eben nicht mehr nur den Datenaustausch für das Internet, unsere Internet-Austausch-Knoten, sondern wir haben eben auch in den letzten Jahren uns sehr stark darauf konzentriert, den Datenaustausch für die Cloud zu ermöglichen. Insbesondere, wenn man dort hinein dedizierte Verbindungen haben will, bei denen man die volle Kontrolle über Bandbreite und Latenz hat, dann greift man gerne auf solche Cloud-Exchanges wie uns zurück. Und das sind einfach zwei Produktgruppen, sage ich mal, im weitesten Sinne, die sich parallel bewegen, die auch sehr verwandt miteinander sind einerseits, aber andererseits auch doch hinreichend abgegrenzt, dass es halt wirklich auch Sinn macht, darüber zu sprechen. Einmal ist man ein Internet-Exchange und einmal ist man ein Cloud-Exchange. D-Kicks ist der größte Internet-Knoten in Deutschland. Wie groß ist D-Kicks denn im weltweiten Maßstab? Also wir sind sogar D-Kicks Frankfurt. Wenn Sie sagen, wir sind der Deutschlandgrößte, dann ist D-Kicks Frankfurt ja wirklich herausragend in der Größe im Vergleich zu den anderen in Deutschland, aber auch in Europa. Ja, die Nummer eins. Wir waren auch lange Zeit weltweit die Nummer eins, was in Größe von Anzahl der angeschlossenen Netze und auch in Anzahl des Datenvolumens, was übertragen wird. Aber die Kollegen in Brasilien, Sao Paulo, die haben uns mittlerweile überholt. Ja, deswegen dort sind wir so gesehen nur noch Nummer zwei. Wir haben uns aber auch ein bisschen in eine andere Dimension entwickelt. Ja, zum Beispiel gibt es keinen Internet-Knotenbetreiber, der in 58 Standorten unterwegs ist, so wie wir heute. Ich glaube, das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann haben wir auch einen Großteil von diesen 58 Standorten miteinander verbunden. Da meinte ich ja schon eingangs hier mit dem Carrier-Netzwerk. Ja, also wir haben mittlerweile eben auch ein entsprechendes Netz. Das bieten auch die wenigsten unserer Marktbegleiter in der Art so an. Sie haben es gerade gesagt, die angeschlossenen Netze oder die Anzahl der angeschlossenen Netze ist sehr hoch und natürlich auch der geroutete Datentraffic. Wie viele Netze sind denn angeschlossen und über welche Datenraten sprechen wir denn, die Sie beispielsweise in Frankfurt am Hauptstandort denn so pro Sekunde durchleiten? Die Anzahl der Netze. Ich meine, das Internet ist ja ein Netz der Netze. Ja, also jede größere Firma, die Sie im Internet kennen, also ob das jetzt eine Google, eine Facebook, eine Telefonica, eine Vodafone oder auch andere sind, ja, größer und kleiner, die betreiben eigene Netze. Und diese Netze müssen miteinander verbunden werden, um dann das Internet eben auszumachen. Und weltweit gibt es etwa 65.000 dieser Netze. Und wir haben etwa dreieinhalbtausend weltweit dieser Netze angeschlossen, ja. Das sind natürlich auch viele Netze, die sehr klein sind für einen privaten Gebrauch. Ich betreibe zum Beispiel auch privat ein eigenes Netz, ja. Und es gibt auch sehr viele Research-Netze. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, ja. Also von den 65.000 sind etwa die Hälfte, wenn überhaupt ein Drittel sind wirklich, die dann produktiv auch genutzt werden. Und von diesen haben wir etwa weltweit dreieinhalbtausend Kunden. Und allein in Frankfurt haben wir über tausend dieser Netze angeschlossen. Also 1100 Netze etwa, die allein in Frankfurt angeschlossen sind. Das heißt, alles, was in Zentraleuropa für das Internet wichtig ist, ja, ist hier angeschlossen und erreichen Sie am DKIX mehr oder weniger direkt. Und über welche Datenraten sprechen wir hier? Die Datenraten jetzt hier in Frankfurt, da haben wir ja einen Peak, der 16,6 Terabit pro Sekunde. Wenn man das mal so ganz grob umrechnet, dann sind es etwa zweieinhalb Millionen gleichzeitige HD-Videostreams, die man sich da anguckt, ja. Also oder sich zweieinhalb Millionen Zuschauer sich eben angucken, wenn man davon ausgeht, dass nur einer einguckt, ja. So und das ist auch, das Beispiel ist auch ganz gut, weil der Traffic-Treiber für uns eben auch Video ist, weiterhin, ja. Wird sehr viel mehr, immer mehr Videos werden gestreamt. Und interessanterweise haben wir auch typischerweise die Peaks, also die neuen Peaks, ja, wenn wir neue Höchstwerte erreichen, Dienstagabends, wenn eben Champions League läuft und die, wenn man entsprechende Abonnements hat, dann eben auch, also Amazon Prime-Abonnements hat, ja, dann kann man die eben auch kostenlos darüber hinaus dann angucken. Und das tun sehr viele. Und das stellen wir auch fest, dass dieses Live-Event-Streaming von großen Sport-Events zum Beispiel, dass das auch immer stärkeren Traffic treibt und uns dann immer wieder neue Höchstwerte beschert. Ich nehme jetzt mal an, dass das in Frankfurt nicht alles über ein einziges Rechenzentrum läuft, sondern dass sie das verteilt haben, oder? Genau, so ist es. Wir sind in Frankfurt in 39 Rechenzentren. Das heißt, alle wesentlichen Rechenzentren, die für, ja, für unsere Kundschaft relevant sind, weil wir sagen immer, wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind. Wir möchten es unseren Kunden leicht machen, sich an uns anzuschließen. Also überall da, wo unsere Kunden anzutreffen sind, in diesen Rechenzentren sind wir auch drin. Sie haben es gerade schon gesagt, der DKIX hat eigene Netze, beziehungsweise eine eigene Infrastruktur. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Was sind das für Netze? Wie groß sind die? Wie hat man sich das vorzustellen? Machen wir mit dem Beispiel weiter, ja. Hier in Frankfurt, da sind wir 39 Data-Centern. Die müssen natürlich auch miteinander vernetzt werden. Also da haben wir ja schon ein Metro-Netz, ja. So, und da wir in Frankfurt so hohe Datenraten haben, also mit 16,6 Terabit Peak, ist es natürlich so, dass wir dort auf Glasfaser zurückgreifen. Ja, das heißt, die Data-Center sind miteinander verbunden über Glasfaser und die beleuchten wir auch selber. Da haben wir dann entsprechende DWDM-Infrastruktur selber aufgebaut, die wir auch selber betreiben auf 400 GE-Basis, um dann eben direkt die Glasfaser selber damit zu beleuchten und dann Richtung Router, also unsere Router, die wir einsetzen in diesen Rechenzentren, die werden dann mit 400 GE eben angebunden auf diese Glasfaser. Sie sagten, Sie haben auch persönlich ein eigenes Netz und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie nicht das WLAN bei sich zu Hause meinen, sondern da ein anderes Netz vielleicht Ihnen vorschiebt. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Das ist, ja, also ich probiere mich damit in die Situation zu versetzen, die Welt so zu sehen, wie meine Kunden auch. Ja, also ich piere entsprechend auch. Ja, und das ist wirklich ein, ja, ich sage mal so ein bisschen der Geek, der da rauskommt, ja, der sich eben mit der Thematik sehr genau auseinandersetzen will, wie man eben Prefixe announced, wie man Routen filtert, wie man RPKI aufsetzt. Und ja, und das ist ja relativ einfach, wenn man weiß, was man da tun muss und braucht dann nur ein AS beantragen und dann IPv6 Address Space bekommt man ja relativ leicht. Und ich benutze da gar kein IPv4, weil die sind ja relativ knapp und auch zudem teuer. Deswegen, da will ich auch die Ressourcen gar nicht beanspruchen für mein Hobby. Aber ja, das hilft mir zu verstehen, was so die Kundenbedarfe sind und wie man das dann auch technisch wirklich umsetzt. Und das ist ein schönes Hobbyprojekt, ja. Ja, das klingt ziemlich spannend. KI, Augmented Reality und Mixed Reality sind Schlagworte, die momentan in aller Munde sind. Jetzt hat Apple erst wieder so eine Brille rausgebracht, die genau in diese Kerbe reinschlägt, auf das gleiche Thema abzielt. Damit einher geht natürlich auch ein rasantes Wachstum der zu übermittelnden Datenmengen, sowie die Forderung nach möglichst geringen Latenzen. Wie begegnet ein Internet Exchange wie der DKX diesen wachsenden Anforderungen? Also wir sehen ja, dass dieses Thema Latenz immer wichtiger wird in den, also jetzt nicht seit gestern erst, seitdem es die Brillen gibt, ja, sondern eben auch schon länger in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass eben auch mit dem Videostreaming, ja, oder mit ihren, mit den Apps, die wir heute benutzen im Social-Media-Bereich, die ja mittlerweile auch sehr häufig sehr videolastig sind, dass da eben der Bedarf ist, dass der Content, also die Inhalte, die sie konsumieren wollen, näher zu den Usern herangehen, ja. Deswegen stellen wir ja auch fest, so wichtig Frankfurt ist, dass es eben auch nur allein in Deutschland, dass wir dort eben auch weitere Standorte aufgemacht haben und jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern wir sind in Hamburg, in München seit über zehn Jahren tätig und in Düsseldorf haben wir vor, ich weiß gar nicht mehr so genau, vor sieben, acht Jahren, glaube ich, eröffnet, ja, und jetzt erst kürzlich in Leipzig einen Standort, einen BKX-Standort aufgemacht. Wir haben starke Partnerschaften mit dem BKX in Berlin oder mit dem Stuttgart AX, wo wir sagen, okay, da brauchen wir gar keinen eigenen AX aufmachen, weil da gibt es ja schon welche, mit den Partnern wir lieber. So, und was ich sagen will, ist, also wir sehen schon lange, dass die, dass es diese Bewegung gibt, eben stärker in die Städte zu gehen, in die großen Städte zu gehen und den Content näher an die, an die User, an die Nutzer heranzubringen. Und das hat es natürlich mit den Brillen oder mit der Augmented Reality Thematik oder auch mit dem Cloud Gaming war ja vor zwei, drei Jahren mal ein großes Thema, ja, hat es natürlich nochmal eine andere Größenordnung herbeigeführt, weil man liest ja auch aus den Berichten oder aus den Erfahrungsberichten zu diesen Brillen, insbesondere zu der Brille jetzt von Apple, dass da, wenn man sich eben schnell dreht, dass es dann auch so ein bisschen Latenzprobleme gibt. Also das heißt, dass das Bild, was einem virtuell über die Realität gelegt wird, ja, in der Brille, dass das nicht ganz rechtzeitig ankommt, dieses virtuelle Bild, wenn man den Kopf schnell dreht. Und das ist genau diese Latenz, von der wir sprechen. Und da muss man, da muss man einfach dafür sorgen, dass der Inhalt nah genug dran ist, weil wir übertragen die Daten zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber natürlich brauchen wir zum Umwandeln von Lichtsignalen in elektrische Signale. Es braucht auch ein bisschen Zeit, ja, und die Computer brauchen auch ein bisschen Zeit, um die Daten zu verarbeiten, um es dann darstellen zu können. So, und deswegen ist es eben wichtig, dass die Distanzen zwischen den Servern, auf denen die Inhalte liegen, und den Endnutzern nicht so groß sind oder immer kleiner werden. Und deswegen stellen wir eben fest, dass wir nennen das manchmal auch Edge Computing, ja, dass eben diese, dass die Inhalte und die Rechenpower und damit auch die Internetknoten, dass die halt eben näher an die Nutzer rankommen. Und deswegen nehmen wir wahr, dass es eben in diesen Bereichen eben Bedarf gibt für weitere Internetknoten. Stichwort wäre hier wahrscheinlich auch Content Delivery Networking. Das geht ja auch so in die Richtung, dass man eben durch Dezentralisierung näher an den Kunden heranrückt, um eben die Dienste und Daten schneller bereitstellen zu können. Genau so ist es. Also CDNs oder Content Delivery Networks, ja, diese Industrie, die sind natürlich auch große Kunden von uns, weil wir bringen ja als Internetknoten genau diese zwei Welten zusammen. Wir bringen ja die Content-Seite, ja, die Content Delivery Networks mit den, wir nennen sie Eyeballs, ja, also mit den Internet Service Providern, wo sie, entweder ob das jetzt ihr Handyvertrag ist oder ihr Internet Providervertrag, mit dem sie ihre Fritzbox zu Hause betreiben, ja. Diese zwei Welten bringen wir ja zusammen. Das ist ja die, ich sag mal, am Ende des Tages unterm Strich, das, was der Dickix mit seinen Internetknoten eben an Dienstleistungen erbringt, hier ein Ecosystem zu bauen, bei dem diese zwei großen Kundengruppen eben entsprechend adressiert werden können. Sie haben es gerade im Rahmen der Dezentralisierung schon erwähnt, die Stichworte Edge Computing beziehungsweise Cloud Gaming. Cloud Gaming spielt jetzt keine so große Rolle mehr, entnehme ich Ihrem Statement da? Ja, man hat ja die Announcements gelesen von den großen Playern in dem Bereich. Es ist ja wieder so ein bisschen, ich sag mal, nicht mehr ganz so auf der Agenda, würde ich es mal sagen, ja. Also ich meine, die großen Player sind da ja noch weiterhin unterwegs, aber man hat ja erwartet, dass es eine viel stärkere, viel stärkere Akzeptanz auch bei den Nutzern findet, ja, und dass so der klassische PC vielleicht sogar ersetzt wird oder großteils ersetzt wird, sondern dass man relativ einfache Geräte nur noch hat, die die Darstellung machen und die ganze Berechnung der Grafiken eben in der Cloud passiert, ja. So, und da muss man feststellen, dass das so in der Summe bisher zumindest noch nicht stattgefunden hat, ja. Und da haben sich jetzt auch die verschiedenen Anbieter in dem Bereich eben neu aufgestellt. Und ein Grund, warum das, glaube ich, noch nicht ganz so funktioniert hat, ist eben auch die Latenz. Dass die Netze und auch eben die Datacenter noch nicht so weit waren, dass man eben den Content schnell genug, nah genug bei den Endnutzern ausspielen konnte. Möglicherweise tut das Spatial Computing jetzt auch seins dazu und dann kriegt das hier vielleicht nochmal eine andere Dynamik. Das ist zu erwarten. Also das, glaube ich, würde ich, das ist einfach wenn ein bisschen zu früh gewesen. Ja, manchmal brauchen ja die Ideen zwei, drei Iterationen, weil dann die Technologie auch weiter ist und die Infrastruktur sich weiterentwickelt hat. Also ich würde das Cloud Computing grundsätzlich nicht abschreiben. Ich glaube, das hat einfach nur nochmal einen kleinen Dämpfer erfahren und wenn es in zwei, drei Jahren wiederkommt, dann kann es gut sein, dass es sich dann durchsetzt, ja. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Neben diesem freien Traffic, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, vermittelt DKICS auf Kundenwunsch natürlich auch dedizierten, ich nenne es mal Direct Access Unternehmens-Traffic, beispielsweise über MPLS oder VPN-Verbindungen, aber auch über spezielle Cloud-Verbindungen wie Google Cloud Interconnect, AWS Direct Connect oder Azure Express Route. Welchen Anteil an diesem gesamten von DKICS gerouteten Traffic machen solche beauftragten Peering-Dienste aus? Also das ist natürlich in der Gesamtsumme schon kleiner, ja, weil es sind ja die Dienste, die Sie gerade angesprochen haben für unseren Cloud-Exchange, die adressieren ja im allgemeinen Unternehmen, ja. Und man muss feststellen, dass die großen Voluminas, die wir heute transportieren in unserem Internet-Exchange, dass die im Wesentlichen von Endkonsumenten, von privaten Endkonsumenten erzeugt werden. Wenn Sie Video streamen zu Hause auf der Couch, wenn Sie sich das Champions-League-Spiel angucken, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sind Sie ja da meistens privat unterwegs. So, und unser Cloud-Exchange eben, der adressiert im wesentlichen Unternehmen, da sind die Datenvoluminas typischerweise einfach kleiner. Ja, natürlich jetzt hier mit so einer Team-Session oder so, ja, die Sie im Unternehmenskontext haben, kommen natürlich auch Videodaten zusammen, die sind schon auch größer geworden, also das heißt, dieser Datenbereich ist schon gewachsen, aber man kann so ganz grob annehmen, eins zu zehn ist das Verhältnis, was wir, also die Voluminas, die im Privat- oder im Internet-Exchange-Business entstehen, ja, etwa ein Zehntel davon ist das, was wir im Cloud-Exchange-Umfeld sehen. Gerade im Zusammenhang mit SD-WAN, also dieses Software-Defined Wide Area Networking, ist es so, dass die Kunden immer mehr verschiedene Verbindungen in die Rechenzentren kombinieren, um sozusagen das Beste aus allen Welten rauszuholen. Da hört man auch immer wieder, dass MPLS eigentlich auf dem absteigenden Ast ist, langsam am Untergehen ist. Was sagen Sie aus Ihrer Position zum Thema MPLS? Wie ist das bei Ihnen noch vorhanden, vertreten? Also bei uns ist MPLS eine dominante Rolle in unserem Netz, ja. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Also MPLS ist sicherlich auf dem Rückzug, wenn es um Enterprise-Netze geht und dort insbesondere dann auch um die Anbindung von einzelnen Büros, ja. Weil MPLS dann für so einen Anwendungsfall doch relativ, ich sag mal, over-ingeniert ist oder teuer ist dann auch, ja. Und man mit einer geschickten Nutzung von Internet-Technologie, was SD-WAN ja am Ende des Tages ist, das sind ja am Ende des Tages VPN-Toolen übers Internet, die so ein bisschen, streichen Sie ein bisschen, aber die man halt eben gut kontrollieren kann und dann auch gut verpackt sind mit einer Quality of Service und einer guten GUI, sodass Sie das auch eben kontrollieren können und dann auch bitte eingebettet in, da geht es ja so Richtung SASE, ja, wenn man dann auch so Zero Trust und Security Features drumherum baut, ja. Und dann ist das auch für Unternehmen eine runde Sache, weil dann haben Sie nicht mehr nur einfach eine, MPLS ist ja nur eine Netzwerktechnologie, sondern Sie kriegen da eine wirklich unternehmensfokussierte Lösung, nämlich mit einfach zu bedienen mit einer guten GUI und noch integriert mit Sicherheitsfeatures, dass es dann auch gut einklingt in Ihr bestehendes, ja, was auch immer Sie haben, Microsoft-Umfeld oder so, ja. Und dadurch lässt sich das auch sehr viel leichter nutzen. Deswegen, ja, stellen wir fest, dass im Unternehmenskontext das aus gutem Grund, aus meiner Sicht, auf dem Rückzug ist. Sie haben es gerade schon erwähnt, das Thema Sicherheit. Spielt das Thema Sicherheit für D-Kicks eine Rolle? Also ich sage jetzt mal so im Zusammenhang mit NIST2, DDoS-Attacken, Malware, Ransomware, was man so immer alles liest. Oder sagen Sie, nee, nee, wir leiten ja den Traffic eigentlich nur weiter, da haben wir gar nichts damit zu tun? Also natürlich, für uns einer der wesentlichen Dienste, die wir bereitstellen, ist ja die Interconnection-Plattform und ein Parameter von Sicherheit ist ja auch Verfügbarkeit, ja. Deswegen, wir wollen ja sicher sein, dass unsere Kunden die Dienste, die sie bei uns konsumieren, eben auch wirklich nutzen können, dass sie zur Verfügung stehen. Das eine und das andere auch die Vertraulichkeit der Information. Das heißt, dass die Daten, die da über uns, das ist ja auch ein Parameter von Sicherheit, über unsere Plattform laufen, dass die eben auch vertraulich behandelt werden. Also dass er nicht ein Dritter einfach mitlesen kann, ja. So und deswegen ist es natürlich ein sehr großes und sehr wichtiges Thema für uns und deswegen investieren wir auch wirklich signifikante Budgets in die Weiterentwicklung der Sicherheit. Sie haben jetzt NIS II angesprochen, ja. Wir probieren ja immer so ein bisschen vor der Welle zu sein, sage ich gerne, weil für uns das Sicherheitsthema inhärent wichtig ist. Deswegen, wir sind seit über zehn Jahren BSI-IT-Grundschutz und ISO 27001 zertifiziert. Also schon bevor es da irgendwelche gesetzlichen Regelungen gab aus IT-Sicherheitsgesetz oder TKG oder Sie haben jetzt NIS II angesprochen, ja, wo da ja auch für verschiedene Industrien dann eben auch solche Anforderungen kommen. Also ja, wir sind aber gut vorbereitet, weil wir da schon viel getan haben und wir bauen das auch kontinuierlich aus. Auf der DKX-Website liest man, dass zu Ihren Projekten auch die Implementierung von Patch-Robotern am Internetknoten gehört. Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Werden hier bei Bedarf immer noch Kabel abgezogen und umgesteckt? Wenn ja, wann wird so ein Umstecken nötig und warum lässt sich das nicht bereits über Software realisieren? Wir haben schon gesagt, Software-Defined ist ja das große Ding unserer Tage, dass man alles über Software steuern kann. Ja, und das Software-Defined ist ja auch hier der Roboter, ja. Also der ist ja auch bei uns eingebunden, eben mit entsprechender Software und dann programmierbar. Aber vielleicht, was macht der Roboter? Fangen wir ganz vorne an. Also wir haben ja schon auch, also die Daten, die wir übertragen, übertragen wir mit Glasfasern, ja, weil die Datenraten so hoch sind. Das heißt, wir haben keinen Kupfer mehr, wie Sie das vielleicht noch von zu Hause kennen, sondern bei uns kommt wirklich nur noch Glasfaser in einen Einsatz, wie der eine oder andere vielleicht schon das Glasfaser bei sich im Haus liegen hat. So, und so wie das auch bei Ihnen ist, ja, also klar, viele benutzen zu Hause WLAN, ich natürlich auch, ja, aber mit den hohen Datenraten, die wir übertragen müssen, reicht eine Funkschnittstelle so nicht aus. Deswegen brauchen wir Glasfaser, die wir miteinander verbinden. Und die müssen wirklich gesteckt werden. Also insbesondere, wenn eben der Kunde seine Bandbreiten erhöhen will oder wenn es irgendwo eine Störung gab, es gibt auch mal eine Optik geht kaputt, eine Linecard geht kaputt, ja, und wir dann schnell dort eben auch drum herum bauen wollen, dann müssen solche Verbindungen neu gebaut werden. Und die Roboter, die kann man sich wirklich vorstellen wie so eine, es gibt auch ein YouTube-Video dazu, wenn Sie auf dem Dikix-Kanal mal gucken, da gibt es Videos, das Ihnen zeigt, wie der funktioniert, ja. Und es sind wirklich wie so Mehrfachsteckdosen, wenn man das jetzt mal auf die, auf die Stromwelt übersetzen will, große, viele Mehrfachsteckdosen liegen vor Ihnen und der Roboter geht dann hin und steckt einen Stecker rein. Und zwar genau die, an die Buchse, wo er sie halt eben hin soll. Und, ja, und das ist schon irgendwie nett zu sehen, weil wir haben natürlich noch Schutzkarten vorne drauf, ja, damit das nicht einstaubt. Das heißt, die muss er erst noch abziehen, dann einen Stecker reinstecken. Er macht eine intelligente Kabelführung, sodass eben da kein Spaghetti danach übrig ist, wenn wir da ein paar Kabel gezogen haben, sondern das alles strukturiert und wieder gut, wieder gut aufzuräumen oder abzubauen ist, ja. Und, und das erlaubt uns eben solche Steckverbindungen auch nachts um drei oder am Sonntagmittag, wenn sonst früher ist da immer jemand hingefahren, ja, ins Rechenzentrum, man muss diese Stecker stecken. Mit dem entsprechenden Versatz dann auch insbesondere, wenn es halt zu den genannten Zeiten war, nachts um drei oder am Sonntagmittag, ja, da waren die Reaktionszeiten halt nicht innerhalb von Minuten, sondern eher innerhalb von Stunden oder gar Tagen, die wir liefern konnten. Und da sehen wir einfach, dass der Bedarf unserer Kunden da an kurzfristigen Lösungen höher ist. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, in solche Roboter zu investieren. Mittlerweile haben wir drei, die es eben erlauben, solche Steckverbindungen innerhalb von Minuten zu ermöglichen. Und ich werde das Video natürlich in den Shownotes einbinden. Sie können sich das Ganze dann natürlich angucken. Ja, wie steht der D-Kicks zur Netzneutralität, beziehungsweise wie stehen Sie persönlich zum Thema Netzneutralität? Also Netzneutralität ist aus meiner Sicht ein hohes Gut, ja. Das hat ja das Internet auch erst möglich gemacht, dass jeder, jedes Startup im Prinzip am Internet teilnehmen konnte, ja, und das, die, die, die Regeln daran teilzunehmen, für alle gleich sind. Das sagt ja am Ende des Tages Netzneutralität, ja. Und dass eben die Carrier und die ganzen, so wie wir auch, ja, die Internetknoten eben den Verkehr gleich behandeln müssen. Egal, ob er von der Google kommt oder von irgendeinem kleinen Startup, was jetzt vielleicht nicht sich Milliardenbeträge leisten kann, um, um sich hier die Autobahn zu kaufen. Das halte ich für gut, weil das wirklich ermöglicht hat, diesen unglaublichen Fortschritt und die, die schnelle, den, das schnelle Vorankommen im Internet erst zu ermöglichen. Wenn man sich mal vor Augen führt, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Internet alles passiert ist, ja. Die Digitalisierung, die wir ja heute wahrnehmen, die ist ja sehr, sehr stark daraus getrieben, dass es eben das Internet gibt und dass dort dann eben die Geschäftsmodelle und die, ja, und die Anwendung und der, der Wert, den wir daraus schöpfen, eben sich entwickelt hat. Und wenn man die Netzneutralität in Frage dargestellt, dann stellt man, oder dann, dann sorgt man dafür, dass diese Entwicklung erst mal mit Schranken versehen wird. Und ich glaube, dass man da sehr vorsichtig sein sollte, wie sich hier, also das Internet, der Internetmarkt ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der Markt ist ausgereift und da gibt es jetzt irgendwie fünf Player und da geht es eigentlich nur noch um Kostendruck, ja, sondern da ist ja noch sehr viel Innovation drin, ja. Und solange das so ist, sollte man aus meiner Sicht sehr zurückhaltend sein, wenn man, wenn es darum geht, die Netzneutralität aufzubrechen. Wenn man das jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, also wenn die Netzneutralität über den Gesetzgeber aufgegeben werden würde und die Diensteanbieter die Möglichkeit hätten, hier eine Priorisierung ihrer eigenen Services quasi zu verlangen oder gegen Entgelt zu kaufen, würde sich die Daykicks dem anschließen? Und wenn ja, beziehungsweise wenn nein, was haben Sie denn für Möglichkeiten eigentlich bei Ihnen im Unternehmen den Traffic entsprechend zu steuern, beziehungsweise dort reglementierend einzugreifen? Also das ist eine sehr spannende Frage, ja. Das haben wir uns so noch gar nicht angeguckt, wie wir das dann implementieren würden. Einfach aus dem Grund heraus, dass die Diskussionen, die dort ja geführt werden, sehr abstrakt sind. Ja, Sie sprechen wahrscheinlich die Fair-Share-Diskussion an, die ja auch auf EU-Level jetzt gelaufen ist, getrieben von den großen Telekommunikationsanbietern wie eine Deutsche Telekom, eine Orange und ein paar anderen. So, und da aus meiner Sicht gibt es dann noch gar keine wirkliche Richtung. Ja, wohin soll das denn gehen? Wie würde man das denn umsetzen? Also man ist ja noch weit weg von der technischen Umsetzbarkeitsdiskussion, sondern man spricht eher grundsätzlich, will man das denn? Was sind die Vor- und Nachteile? Was, so als auch, was ich gerade dargestellt habe, was würde denn mit der Innovationskraft des Internets passieren? Und was sind die ganzen Seiteneffekte? Und mein Eindruck ist, dass die Politik da klar immer wieder mal auch offen ist für so eine Diskussion. Sollte sie auch sein. Man sollte sich ja immer wieder überdenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Aber man sich da ja schon auch positioniert hat zu sagen, also insbesondere die Deutschen haben ja klar gesagt, sie wollen diese Fair-Share-Diskussion nicht, weil es eben genau diese negativen Effekte hätte. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass es da wirklich weitergeht inhaltlich. Und deswegen brauchen wir uns auch, wir als Techniker, wir als Ingenieurs, dann auch gar nicht jetzt schon überlegen, wie wir denn sowas implementieren würden. Weil solange es da keine klare Richtung gibt, dass das kommt, es ist ein Stück weit vergebene Liebesmühe. Da stecken wir unsere Zeit lieber in andere spannende Themen. Und wir hoffen natürlich alle, dass sowas nicht kommt, sondern wir weiterhin auf die Netzneutralität uns verlassen können. Also denke ich auch, das sollte unser Standpunkt sein für den Moment, ja. Absolut. Herr Dr. King, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen über Ihre Aufgaben, Herausforderungen und über Ihr tägliches Business unterhalten. Aber für heute sind wir schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, Herr Donner, mir auch. Ich finde es immer sehr spannend, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's vom Localhost für dieses Mal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.